herzlich willkommen liebe freunde investoren newcomer was geht denn ab leute ich hoffe ihr habt einen angenehmen start in diesen wunderschönen tag gucken wir uns mal was der markt macht heute ist wieder freitag leute das wochenende beginnt schon bald was ist hier los luna classic geht tatsächlich hier hoch was haben wir noch ein weiterer trash coin fdt geht nach oben wo ist das denn hier luna geht auch hoch schaut mal an ethereum proof of work ist auch gut gestiegen könnte so einige gründe haben gucken wir uns aber an was der markt macht es ist interessanter was jetzt gerade passiert charlie manga hat sich wieder gemeldet er hat sogar einen öffentlichen brief geschrieben an die us-regierung hat gesagt wir sollten bitcoin verbieten genauso wie es china gemacht hat die sind uns doch so weit voraus es gab nur eine richtige antwort und die hat michael sailor uns geboten das schauen wir uns gleich an auf der anderen seite haben wir riesen riesen bank konsortien speziell werden wir auf hsbc eingehen die tatsächlich neue job offerings haben das heißt sie haben neue stellenausschreibung und zwar in welchem bereich das ist hier wirklich wichtig coinbase hat hier auch wieder nach library einen wichtigen sieg errungen das gucken wir uns gleich an vor allem was für eine bedeutung das jetzt für das ganze diskutierte thema des realistings von xrp für coinbase bedeuten kann auf der anderen seite gucken wir uns mal die künstlich erzeugten preisanstiege in den börsen letztendlich an und warum das alles nur spekulativ ist und wie weit das ganze gehen kann darum leute bleibt gespannt und tauchen wir ein ich will das klick für euch und get your thoughts on the other side let's watch i think i should say modestly that i think the whole m development is disgusting and contrary to the interest of civilization i mean isn't charlie monger old enough to be your great grandfather michelle like i mean do you go to your great grandfather for investment advice on new technology also charlie monger hat sich ja wieder geäußert und also hat das wieder schlecht geredet mein bitcoin es ist eine schande und also was passiert und michael sailor hier die einzig richtige antwort ich meine ist er nicht fast 100 jahre alt du gehst doch nicht zu deinem uropa hin und fragst ihn über neue technologien beziehungsweise investment in neuen technologien und ich finde da hat er vollkommen recht denn die haben einfach nicht das verständnis zu verstehen was das netzwerk einfach mit sich bringt was für eine revolution das ist die wir durch bitcoin bekommen haben und letztendlich dazu geführt hat dass diese kryptowährungs welt überhaupt entstanden ist darum einfach hammermäßig diese antwort von michael sailor war wie das hier guckt euch das mal was die katze gemacht hat richtiger kung fu kick das sah auch genauso aus wie die antwort von michael sailor gerade in richtung charlie manga anders kann man es nicht darstellen und jetzt guckt euch das mal an so eine eine riesenbank wie hsbc teilt hiermit dass sie jobs im bereich von krypto und tokenisierung anbieten leute ich weiß gar nicht wie bullish man eingestellt sein kann zu krypto egal was charlie monger hier sieht man es auch dazu gesagt hat egal was was der behauptet es ist es ist ein urgestein er hat milliarden verdient mit warren buffett zusammen ich verstehe das er hat ahnung aber das was kryptos angeht könnten sie nicht falscher liegen ich meine schaut euch das mal an es ist nicht nur so dass hsbc goldman sachs jp morgan citigroup all diese all diese riesen riesen bankkonsortien zusammengenommen sei es aus japan aus deutschland europäischen bank dass sie nicht nur kryptos traden möchten das heißt kryptohandel anbieten sondern es geht hier sogar in die richtung dass die arbeitsstellen vergeben zu tokenisierung von bestimmten werten über krypto leute es geht gar nicht bullischer als das nur krypto trading anbieten würde dem markt schon pumpen ohne ende und das hat schon bewiesen dass wir hier einen richtungswechsel haben in den letzten fünf jahren wenn es darum geht was die banken gesagt haben über kryptos über bitcoin und dass sie es jetzt auf einmal anbieten das ist schon ein heftiges zeichen aber dann auch noch solche informationen dass sie in richtung tokenisierung gehen und jetzt auch noch arbeitsplätze erstellen die in richtung tokenisierung gehen ich weiß nicht was ich dazu noch sagen soll eine weitere errungenschaft für die kryptowelt leute nachdem ein das gericht entschieden hat dass die library token im secondary market keine securities werden keine wertpapierverkäufe werden hat hier ein richter auch die klage gegen coinbase abgelehnt dass sie unregistrierte wertpapiere dass es aktien verkauft hätten und die diskussion die wir jetzt haben dass coinbase endlich xrp relisten soll blüht hier natürlich extrem stark auf warum es ist eine sache darüber zu diskutieren und zu spekulieren ach werden sie jetzt xrp relisten wegen library oder nicht aber es ist eine andere sache wenn eine direkte anzeige gegen coinbase erstellt wurde und es geht dabei direkt darum dass sie unregistrierte wertpapiere verkauft haben und der richter das auch noch ablehnt dann gibt es eigentlich kein eindeutigeres zeichen ich denke allzu lange werden wir nicht mehr warten müssen bis coinbase auch xrp relisten wird leute wir sind natürlich gerade super gehypt alle sind super enthusiastisch gelaunt und dann kriegen wir natürlich solche informationen bitcoin archive wie ihr sehen könnt hat 1,2 millionen follower und er behauptet hier tatsächlich bitcoin wird die 20.000er marke nicht mehr unterschreiten und das ist so gefährlich leute das ist so gefährlich jetzt solche aussagen zu treffen wo wir noch kein lokalen higher high gesetzt haben super super gefährlich solche aussagen zu treffen und ich denke mal viele viele werden geneigt sein die auch neu auf dem markt sind hier jetzt hundertprozentig reinzugehen zu sagen ja ich kaufe jetzt komplett ein das stimmt das bild was du am anfang gezeigt hast dass man nicht bereit war beim auto im high bereich zu kaufen und gedacht hat mensch man fällt das wieder auf die 20.000 jetzt bei 23.000 ein paar gequetschen will man nicht kaufen nein das meinte ich nicht damit leute die die mentalität war damit gemeint aber jetzt von von solchen aussagen hier auszugehen zu sagen wir fallen niemals unter die 20 oder nie wieder das ist sehr sehr gefährlich und dann natürlich folgen solche bilder wie viel wie von von 300 die spartaner wie von harry potter sehr gefährlich sehr sehr gefährlich black swan kapitalist sagt hier dass die börsen beziehungsweise die aktienmärkte weiter nach oben gehen während die globale ekonomie das ist die globale konjunktur hier komplett am zerbröckeln ist zeigt einfach wie das ganze hier künstlich nach oben gepumpt wird und das einfach eine illusion ist für uns kleinen so dass wir denken wir hätten finanzielle stabilität er sagt hier position yourself xrp ich weiß jetzt nicht ob xrp alleine da ausreichen wird der meinung bin ich jetzt nicht dass man nur in xrp reingehen sollte aber das was hier oben geschrieben hat den schon ich habe euch schon mal erklärt gehabt warum ich der meinung bin dass die börse gar nicht mehr so agiert dass hier experten dabei sind und traden dass die wirklich nach den erträgen der firmen gehen weil ihr habt gesehen amazon berichte sind daraus negativ apple negativ all die ganzen sei es intel sei es alle haben schlechte zahlen erwirtschaftet und die börse geht trotzdem hoch wie kommt das andreas denu lassen ja der hat ist immer kontrovers ich mag nicht alles was herausbringt aber hier hat er einfach vollkommen recht leute guckt euch das an während die erträge hier nach unten gehen gehen die aktienpreise hoch woran liegt das der trend geht einfach in die richtung schon seit jahren das hier nur noch rein spekuliert wird es wird einfach blind links in irgendeine aktie investiert von dem man glaubt es wird gehypt es wird nach oben gehen es wird nicht mehr nachgeschaut wie die bücher sind es wird nicht mehr in die bilanzen dieser firmen reingeschaut es ist einfach nur eine rein spekulatives gambling geworden ein glücksspiel geworden weil sehr sehr viele unerfahrenen investoren hier einfach reingehen und die märkte genau so pumpen darum bin ich vollkommen mit seiner meinung dass er hier sagt ja das ist hier einfach alles künstlich gepumpt wollen wir mal sehen in welche richtung das geht und wir haben keine finanzielle stabilität leute die ekonomie ist weltweit am zerbrückeln und der aktienmarkt beziehungsweise die börse spiegelt das nicht wieder weil das hier künstlich gepumpt wird denn das was wir hier sehen ist tatsächlich dass die zahlen nach unten gehen während wir uns hier in der bodenbildungsphase befinden haben wir hier einen kleinen dämpfer gesehen wie ihr sehen könnt in grün hier unten sind die bitcoin adressen die im plus sind also im profit und im rot die bitcoin adressen die im minus sind wir haben einen fall gehabt der minus adressen das ist wunderschön auf der gleichen seite haben wir dann auch wieder eine steigende anzahl von bitcoin adressen die im plus sind aber es kommt langsam zum stopp seht ihr das wir haben einen kleinen seitlichen vielleicht jetzt ja weil wir jetzt erstmal stärker gestiegen sind der erste anstieg kam schnell mit einem kurzen seitlichen fleck der zweite anstieg jetzt aber kam zwar auch schnell aber wir haben eine längere seitliche fleck phase darum vielleicht das jetzt hier auch und das interessante dabei ist zu sehen wann immer wir den boden erreicht haben sowohl 2015 als auch 2019 haben wir hier wie aktuell auch den boden schon erreicht gehabt wenn das der boden jetzt natürlich sein sollte wissen wir nicht werden wir erstmal sehen und erste große bestätigung haben wenn wir diese 25.000 der marke nach oben geknackt haben aber wenn es jetzt der boden gewesen sein soll agiert der markt genauso wie in der vergangenheit was schaut mal zwischen diesen grünen balken haben wir den boden gebildet in allen drei großen bären märkten und was haben wir danach die bitcoin adressen die im profit waren gehen hoch und die bitcoin adressen die im minus waren gehen runter schauen wir uns mal an wie sah das 2000 und 19 18 aus genau das gleiche wir haben hier die boden den boden erreicht eigentlich können wir das ganze ein bisschen enger schnüren noch so ungefähr das war hier eigentlich der boden bildungsbereich als wir hier unten waren einen kleinen backtest gesehen haben haben wir danach wieder einen anstieg der bitcoin adressen die im profit waren gehabt und einen abfall der adressen die im minus waren wie wir sehen können immer dann wenn wir den boden gebildet haben das gleiche haben wir auch hier 2015 gemacht schaut euch das mal an nachdem wir hier den boden erreicht haben einen backtest gesehen haben haben wir danach eine wende gehabt wo dann die bitcoin adressen die im plus waren angefangen haben nach oben zu gehen und die adressen die im minus waren nach unten abgesungen sind und dann sieht man natürlich sowas dass der dow jones und dann sieht man natürlich sowas dass der dow jones hier durch die decke geht wir sehen dass der dax komplett in die luft geschossen ist schaut euch das mal an was wir gemacht haben wir haben sogar die fibonacci retracement von 78,6 nach oben geknackt schaut euch das mal an wir sind da drüber finden jetzt aber wieder support genau an der stelle meistens meistens fängt ein neuer bull run an wenn wir es schaffen uns hier drüber zu halten und wir werden einen neuen top erreichen sollten wir uns aber hier länger fristig aufhalten wird das wahrscheinlich das zeichen dafür sein dass wir auf starke resistance treffen werden und hier extrem stark einknicken können aber die börse sieht tatsächlich positiv aus leute es sieht so aus als ob es nach oben geht während der us dollar index sich hier wieder erholt hat es scheint nun starker dip nach oben unten gewesen zu sein mit einem wie bottom wir sind wieder hoch und halten uns hier über diesem support bereich auf mal sehen mal sehen ob jetzt die wende kommt in den nächsten wochen oder in den nächsten ein zwei monaten und wir hier einen ein einbruch sehen in der börse es steht auf jeden fall eine korrektur an leute es sieht alles stark danach aus darum wollen wir mal sehen wie sich das ganze entwickelt wir sehen uns erst mal heute einen guten Abend beim live stream leute und crypto heroes out